Unter diesem Baum da wird er uns nicht finden. Tolle Idee, Nestling. Petri sieht was. Jetzt nicht, Petri. Doch, Petri folgen. Steinstarke Idee, Petri. Nichts wie rauf. Das soll eine gute Idee sein? Das macht mir ganz schön Angst. Sieht schmal aus. Genau. Für Rotklaue ist dieser Pfad viel zu schmal. Schaut da. Musst du immer so lang sein? Puh. Das war ganz schön knapp. Wir sind in Sicherheit. Fürs Erste. Ich glaube, fürs Erste endet schneller als wir denken. Sieht ab. Puh. Sieht ab. Ich glaube ja nicht, dass sie uns hier sehen. Aber Kralle und Klaue sind sehr gute Schnüffler. Solange wir zusammenbleiben, kann uns nichts passieren. Richtig, schön zusammen. Damit sie uns zusammen auffuttern können? Ich frage mich, wo die jetzt sind. Ich sehe mal nach. Sei vorsichtig. Ah! Wir schütteln! Hey, Freunde, wo seid ihr? Tja, das kannst du laut sagen. Ähm, sag mal, wo ist Chomper? Mir auch Ducky nicht gesät. Chomper! Ducky! Wir sind hier! Was macht ihr beide denn da oben? Alles in Ordnung mit euch? Ja, sieht so aus. Seid ihr auch alle unverletzt? Ähm, juhu. Das Erdschütteln hat uns etwas durchgeschüttelt, aber es ist nichts passiert. Kralle ist nicht mehr zu sehen. Das ist gut. Bis auf, naja, dass wir hier oben sind. Und wir kommen hier nicht weg. Nein, nein, nein. Es muss einen anderen Weg zu dem Felsen da geben. Richtig, es gibt immer einen anderen Weg. Es sei denn, es ist der einzige Weg. Hey, keine Sorge, wir finden einen Weg. Ich bin nicht gerne so hoch oben. Oh nein, nein, nein. Also, ich find's irgendwie spannend. Äh. Und außerdem helfen uns doch unsere Freunde. Zieh nicht runter. Wieso frisst er uns nicht? Sein Schwanz ist in den Felsen eingeklemmt. Wir sind sicher, solange wir uns von seinen scharfen Klauen fernhalten. Und von seinen Zähnen. Hier oben ist nicht sehr viel Platz für uns. Und Kralle. Mit seinen scharfen Zähnen. Ich mag es nicht, so dicht bei einem Schafzahn zu sein. Oh, ähm, damit meine ich natürlich nicht dicht, Schamper. Ah! Ich glaube, den Weg sind wir hergekommen. Das doofe Erdschütteln hat alles durcheinander gebracht. Das Erdschütteln hat uns auch geholfen, vor Kralle zu fliehen. Man muss das Gute gegen das Schlechte abwiegen. Denn sonst verliert man ganz rasch den Durchblick. Hm. Nicht schon wieder! Aufeuer, nix, schweb weg! Wir müssen den Weg zurücklaufen, den wir gekommen sind! Ja, die gleiche Idee hat Klaue hinter uns auch. Nicht schlapp machen! Wir müssen die Sache wieder. Wir müssen die Idee sein. Wir müssen die Idee sein. Wir müssen die Idee sein. Ja, die Idee. Da vorn, die große Baumwurzel, da kommt der Schafzahn nicht durch. Na los! Lidlfurt! Warum denn nicht gleich in die Höhle gekommen, Lidlfurt? Das kann ich dir sagen, Petri. Als ich gesehen habe, wie Klaue die Bäume abgebrochen hat, da hatte ich eine Idee. Ein toller Grund, gefressen zu werden. Wir können einfach Bäume benutzen, um Chomper und Ducky zu retten. Immer noch kein guter Grund, gefressen zu werden. Ich hoffe, sie sind bald hier. Hat er dich schon wieder kleiner genannt? Ja. Und er glaubt nicht, dass unsere Freunde uns retten werden. Aber sie sind unsere Freunde. Freunde helfen sich immer gegenseitig. Ich glaube nicht im geheimnisvollen Jenseits, Ducky. Ich bin groß und nicht klein. Sieht mal, Wurzelhöhen uns näher herangeführt. Gut gemacht, Ruby. Hey, nicht dafür. Wir müssen immer noch Ducky und Chomper retten. Oh, tut mir leid, dass du solche Schmerzen hast. Aber es tut mir nicht leid, dass du nicht an uns rankommst, um uns zu fressen. Nein, nein, nein. Er hat gesagt, ich bin zu klein. Und damit hat er recht. Wenn er loskommt, bin ich zu klein, um uns zu beschützen. Ich kann uns nicht von hier wegbringen. Genau, ich bin für alles zu klein. Du bist traurig, weil du klein bist. Aber in dir drin bist du doch groß. Chomper, du hast es tatsächlich geschafft, dass ich mich mit dir sicher fühle. Das hast du, das hast du. Hey, alles in Ordnung mit euch? Irgendwie schon. Geht beiseite, Freunde. Es funktioniert. Baum macht Brücke für uns. Ja. Jetzt hat mir gerade gezeigt, wer hier groß ist. Unsere Freunde sind zwar kleiner als Rotklauer, aber sie helfen uns immer, weil sie innen drin ganz groß sind. Jumper, was machst du denn da? Ich versuche, der größere Schafzahn zu sein. Ich versuche, der größere Schafzahn zu sein. Ich versuche, der größere Schafzahn zu sein. Gern geschehen. Na bitte, wer warst du denn? Eine steinstarpe Sache. Ich bin sehr froh, dass du hier bist, Spiky. Dass ihr alle hier seid. Jap, jap, jap. Ich glaube, wir wären zusammen noch fröhlicher, wenn wir an einem anderen Ort zusammen wären. Zum Beispiel zu Hause. Spiky. Und... Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, Ruhklaue! Schneller! Ruhklaue immer dichter, gefährlich näher! Kralle auch näher? Versteckt euch! Sie sind weg? Ach, ja! Ich bin sicher, dass Kralle uns doch gerochen hat! Er hat uns nicht verraten! Ich glaube, hier sind wir rausgekommen! Dann nichts wie rein mit uns! Kleine Nestlinge haben den Vortritt! Ja, das bin ich! Jap, jap, jap! Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch mal wiedersehen würde! Er hat viel Ärger gemacht, als er das letzte Mal hier war! Ich hoffe, er bringt nicht wieder so viel Unglück mit wie letztes Mal! Steinstärkes Spiel! Ja! Das nächste Mal ist Spiky in unserer Mannschaft! Also, das glaub ich nicht! Oh, nein, nein, nein! Freunde! Freunde! Er ist wieder zurückgekommen! Wer ist wieder zurückgekommen? Habt ihr das etwa noch nicht gehört? Doc ist wieder zurückgekommen! Doc? Hm? Es ist noch gar nicht lange her! Alle dachten, das große Tal wäre vom Glück verlassen, weil der Saurierfelsen vernichtet wurde! Ich wollte uns das Glück wieder zurückbringen, indem ich einen Zahn von einem toten Schafzahn ins Tal brachte! Das einzige Problem war... Der Schafzahn war gar nicht tot! Ah! Ah! Großvater versuchte, mich zu retten, aber er musste gegen zwei Schafzähne kämpfen! Und dann tauchte Doc auf! Diese beiden Schafzähne werden nie wieder jemandem was zu Leide tun! Dank Großvater und Doc, dem einsamen Dinosaurier! Wie interessant! Jetzt weiß ich auch, warum alle so aufgeregt sind! Und wo ist der einsame Dino hingegangen? Wo hat er gesteckt? Er bleibe nie sehr lang an einem Ort! Und er ist immer allein! Ja, das ist er! Das ist er! Ist doch klar! Deswegen ist er ja auch der einsame Dinosaurier! Aber wo immer es Ärger mit Schafzähnen gibt, ist er zur Stelle! Hast du gerade Ärger gesagt, oder was? Ja! Er scheint immer zu ahnen, wenn Schafzähne in der Nähe sind! Oh! Ihr meint doch nicht! Keine Sorge, Chomper! Das mit dir wird er schon verstehen! Ich weiß nicht! Woher sollte Doc wissen, dass Chomper anders ist? Ich sag's ihm! Doc ist ein Langhals, der sich von keinem etwas sagen lässt! Er ist hinter mir her, nicht wahr? Nein, natürlich nicht! Schon möglich! Er hat noch nie ein Kind angegriffen! Aber er kümmert sich immer um Schafzähne! Was immer geschieht, geschieht nicht, bevor es geschieht! Ich schlage vor, wir schlafen erst mal, damit wir morgen ausgeruht sind! Na schön! Du hast recht, Ruby! Gute Nacht, Freunde! Gute Nacht! Keine Sorge, alles wird gut! Wenn Doc so gut ist, wie sie sagen, wird er merken, dass auch du ein Guter bist! Hä? Keine Sorge, alles wird gut! 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 Ich bin gut. Ich könnte niemals ein gemeiner Schafzahn sein. Hör auf, du musst mir glauben. Ich bin gut. Er will mich holen, er will mich holen, Ruby. Wer ist der eher, der dich holen will? Der einsame Dinosaurier. Ist er da? Wo ist er? Er war in meiner Schlafgeschichte und er wollte mich mit seinem Schwanz zerschmettern. Das klingt ja gruselig, Chompa. Aber das ist nur eine Schlafgeschichte und jetzt bist du aufgewacht. Also mach dir keine Sorgen. Naja, bis du ihn wirklich triffst. Oder, oder bis er mich wirklich schnappt. Guten Morgen, Freunde. Chompa hat eine gruselige Schlafgeschichte. Der einsame Dinosaurier hat ihn geschnappt. Genau wie ich. Wirklich? Wollt er dich auch mit seinem Schwanz zermalmen? Nein, er wollte dich zermalmen. Er kommt, Freunde. Er ist meinetwegen hier. Wäre möglich. Hör endlich auf, Zera. Früher er nur gekommen wegen Scharfzähne. Sag ich doch. Was wollen wir denn jetzt machen? Wollen wir Chompa verstecken, bis Doc wieder weg ist? Das ist eine steinstarke Idee. Na, worauf warten wir dann noch? Also schön. Ich versuche, Doc abzulenken, während ihr Chompa versteckt. Und los! Doc! Doc! Ähm, ups. Entschuldigung. Hallo, Kleiner. Hey, wie geht's dir? Super. Ich hab gelernt, mit dem Schwanz zuzuschlagen. So wie du. Daran musst du wohl noch ein bisschen arbeiten. Das werde ich. Gut, dass du wieder da bist. Dann kannst du mir ein paar Tricks zeigen. Na klar, Kleiner. Ach, übrigens, hast du hier irgendwo einen Langhals mit dem Namen Dara gesehen? Nein. Wer ist denn Dara? Naja, sie ist mein Herzensdino. Hä? Dein Herzensdino? Jep. Der entzückendste Langhals, den diese müden Augen je gesehen haben. Ich weiß noch, wie ich ihr das erste Mal begegnet bin. Ihre großen blauen Augen leuchteten heller als die große, helle Scheibe. Sie ist der erste Dino, der mich wirklich versteht. Wir ziehen schon eine Weile gemeinsam durch das Land. Mehr kann ein einsamer Langhals nicht erwarten. Aber wie kannst du eine Partnerin haben? Bis jetzt warst du doch immer nur ganz allein. Ja, viel zu lange, wenn du mich fragst. Aber nur weil du alleine warst, konntest du ein wachsames Auge auf die Schafzähne werfen, Doc. Das kann ich auch so, Kleiner. Hilfst du mir, Dara zu finden? Sie ist fremd hier in der Gegend. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht irgendwelchen Ärger hat. Aber Doc! Wenn du damit beschäftigt bist, mit Dara zusammen zu sein, wie kannst du dann all die anderen Blattfresser beschützen? Sie hat gesagt, dass wir uns hier treffen. Du kannst nicht mehr der einsame Dinosaurier sein, wenn du nicht mehr allein bist. Was machen die denn da? Sie wollen nach irgendetwas suchen. Er ist meinetwegen hier. Aha, dann hatte ich ja doch recht. Sie hierher kommen, hierher. Gleich wird er mich finden. Littlefoot lässt nicht zu, dass Doc dir wehtut. Oh nein, nein, nein. Aber Littlefoot ist vielleicht zu klein, um Doc aufzuhalten. Richtig. Deshalb müssen wir ein besseres Versteck für Jomper finden. Ich glaube nicht, dass sie hier irgendwo ist. Vielleicht wollte sie doch nicht herkommen. Sie hat gesagt, wir treffen uns hier. Und falls es kein Problem gibt, wird sie auch herkommen. Der ist ja noch größer als in meiner gruseligen Schlafgeschichte. Deshalb müssen wir dich ja auch verstecken. Also, wo würde Doc nicht nach einem kleinen Schafzähnchen suchen? Passen wir da alle rein? Gut, dass meine Familie heute nicht zu Hause. Deine gute Idee war wirklich eine gute Idee, Petri. Oh ja, oh ja. Ich muss mich erst mal beruhigen. Obwohl, na ja. Hier ganz oben. Doc uns hier nicht findet. Wen findet Doc nicht? Du hast mich gefunden. Wolltest du Doc nicht ablenken? Ja, schon, aber... Du hast es versprochen. Tut mir leid, Jomper, aber das ist gar kein Problem. Doc sucht gar nicht nach dir. Er sucht nach seinem Herzens-Dinodara. Richtig, Doc? Ich fasse es nicht, dass du mit einem Scharfzahn befreundet bist. Was soll das heißen? Es gibt keinen Grund, mit ihm befreundet zu sein. Irgendwann wirst du gegen ihn kämpfen müssen. Nein, werde ich nicht. Jomper ist mein Freund. Und das wird auch immer so bleiben. Ja. Ich werde nie gegen meine Freunde kämpfen. Da hat er völlig recht. Netter Trick, ihm Sprechen beizubringen. Oh, das hat er ganz alleine gelernt. Siehst du, er ist wirklich anders. Oh ja, das ist er. Vielleicht kann ich dir mit meiner Schnüffelnase helfen, deine Freundin zu finden. Hm. Das wäre ja wohl das Letzte. Wieso denn? Ich werde mir doch nicht von einem Scharfzahn helfen lassen. Aber wenn ich's dir doch sage, Jomper ist anders. Ich hab noch nie gute Erfahrungen mit Scharfzähnen gemacht. Und das wird sich auch jetzt nicht ändern. Komm, wir gehen, Littlefoot. Nein. Ich werde dir nicht mehr helfen. Ganz wie du willst, Kleiner. Wisst ihr was? Ich werde trotzdem meine Schnüffelnase einsetzen, um ihm zu helfen. Ja, dem werden wir's zeigen. Mehr findet gut. Oh, ich bin dabei. Mhm. Was meinst du, Littlefoot? Dass du Doc nicht helfen willst, heißt nicht, dass du nicht Dara helfen kannst. Du hast recht, Ruby. Los, komm, Jomper. Machen wir uns auf die Suche nach Dara. In der Richtung wird der Geruch stärker. Sie muss hier ganz in der Nähe sein. Aber wir haben überall nachgesehen. Oh nein, Dara! Hilfe, bitte! Hey, Kinder, bitte! Ihr müsst meinen Freund Doc finden. Der hilft mir hier raus. Dara! Ihr kennt mich? Aber woher? Wir finden Doc nie rechtzeitig. Wir müssen dir da irgendwie raushelfen. Aber Dara zu riesig. Wie wir ihr helfen? Ähm... Äh, da! Wir können den Baum benutzen. Das müsste gehen. Wir müssen ihn nur irgendwie zu ihr runterbiegen. Steinstarke Idee! Wir helfen dir, Dara! Danke. Vielen Dank, Kinder. Noch ein Stück! Noch ein Stück! Äh! Noch ein Stück! Bin schon unterwegs! Nichts! Du bist ja ein kleiner Schafzahn! Ja, das bin ich. Aber ich will dir nur helfen. Halt dich an den Blättern fest. Dann ziehen wir dich da raus. Wie niedlich. Ein hilfsbereiter Schafzahn. Na, das haut doch den schärfsten Baumstern aus der Krone. Ich komm nicht an sie ran! Rutscht alle zusammen ein Stück nach vorn! Oh, Himmels Willen! Kinder! Oh nein, was machen wir jetzt bloß? Oh nein, was? Hä? Hm? Wir gar nichts machen! Ah! Hast du dich deswegen verspätet? Und der kleine Jumper hat sein Leben riskiert, um mich zu retten? Hm? Na sowas. Hm? Tut mir leid. Wieso denn? Nein, nein, mir tut es leid, mein Kleiner. Du bist wirklich anders. Ich hoffe, du verzeihst mir und gibst einem alten Langhals noch eine Chance. Aber klar! Danke, Doc! Du bist dran! Guck! 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 Ich geh! Spiky steckt in Schwierigkeiten! Was hat er diesmal angestellt? Spiky in Loch gefällt. Na und? Es ist zu tief, er schafft es nicht alleine raus! Gute Güte. Wenn ich Spike wäre und in ein Loch gefallen wäre, dann würde ich lieber nicht Spike sein. Kann er sich denn nicht rausgraben? Um sich rauszugraben, braucht er einen größeren Kopf. Naja, wenigstens habe ich nicht so einen kleinen Kopf. Ja, aber wenn dein Kopf auf Spikey wäre, dann wäre er nicht Spikey. Und du wärst nicht du. Ich fürchte, ich muss Ruby in diesem Fall recht geben. Spike besitzt nicht so einen starken Dickschädel wie ein Dreihorn. Er hat auch nicht so einen langen Hals wie, naja, wie ein Langhals. Aber wie kriegen wir Spike denn da raus? Könnten Sie uns vielleicht helfen, Spikey zu retten, Meister Plattnase? Ich denke schon, Kinder. Komm, zeig mir den Weg. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Da fällt mir was ein. Du bist dran. Wer ist das? Was macht der hier? Und warum ist der mein Bett? Warum fragst du ihn nicht? Dann wissen wir es. Ich frage ihn nicht. Du fragst ihn. Niemals. Du fragst ihn. Ich frage ihn. Grüß dich. Ich bin Melo. Und das sind meine Freunde Lydia und Plauer. Hallo. Hallo. Ähm, ich will nicht aufdringlich sein, aber darf ich dich was fragen? Wie kommst du hier runter in unsere Welt? Äh, äh. Ich hab ihn nicht verstanden. Vielleicht können wir das auch gar nicht. Hä? Vielleicht ist der Fremde, der aus dem Geheimnisvollen Oben zu uns runtergefallen ist, der Große Weiße. Was? Der Große Weiße? Das könnt ihr voll vergessen. Wo wollt ihr denn hin? Meister Blattnase will Spike hier aus Großes Loch rausholen. Ach ja? Tja, na dann viel Glück. Spike wird es brauchen. Ich finde es nicht lustig, wenn ein junger Stachelschwanz in Schwierigkeiten steckt. Oh. Na komm, Sarah. Ich zeig dir ihnen mal lieber, wie man Spike rettet. Das ist für dich, Großer Weißer. Oh, Großer Weißer, darf ich dich was fragen? Warum rüttelt und schüttelt die Erde sich manchmal so doll? Oh. Aber natürlich, du machst, dass der Erdboden wackelt. Oh, vielen, vielen Dank, Großer Weißer. Oh, entschuldige, Großer Weißer. Wann werde ich das Nest meiner Eltern verlassen können und auf eigenen Füßen stehen? Ich verstehe. Wenn meine Hörner ausgewachsen sind, werde ich so weit sein. Danke, Großer Weißer. Endlich ist der Große Weißer bei uns angekommen. Ich bin froh, dass ihr endlich zurück seid. Und er ist ganz sicher da unten? Er ist da runtergefallen. Aber bis jetzt höre ich nur seinen Bauch grummeln. Keine Sorge, Ducky. Ich finde schon einen Weg, Spike zu retten. Vom Klugschwätzen wird er nicht gerettet. Was zählt, sind Taten. Augenblick mal, Vater Dreihorn. Das ist eine Situation, die man mit Vorsicht und Bedacht angehen muss. Ach ja? Vorsicht und Bedacht? Von wegen. Fangen wir an zu graben. Aber wenn Sie an der falschen Stelle graben, dann fallen wir vielleicht alle darunter. Willst du mir etwa unterstellen, dass ich an der falschen Stelle graben konnte? Ja, wir müssen erst nachdenken. An der falschen Stelle? Ja, genau. Vom Nachdenken hat sich noch nie ein Loch gegraben. Wir müssen erst nachdenken. Wir müssen sofort handeln. Man muss erst nachdenken. Handeln. Nachdenken. Handeln. Nachdenken. Ich nicht verstehe. Sie wollen helfen, Spikey, oder nicht? Wenn die beiden so weitermachen, dann helfen sie Spike niemals. Also wie kriegen wir Spike aus dem Loch raus? Oh, wenn ich das wüsste. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Ich glaube nicht, dass wir ihn aufwecken sollten. Oh, aber wir haben keine Wahl. Hallöchen, Großer Beißer. Großer Beißer. Hoho, Großer Beißer. Hey, Großer Beißer! Will, Wie? Vielleicht tankt er gerade seine Kräfte auf. Kann sein. Aber jetzt wird das Zeit, dass er seine Kräfte einsetzt. Hey, Großer Beißer. Oh, ähm, großer Weiser. Entschuldige, dass wir dich aufgeweckt haben, aber die Zeit ist gekommen. Du musst gegen die große, scheußliche Bestie antreten. Die große, scheußliche Bestie läuft auf zwei Beinen wie ein Schnellschnapper. Sie hat einen Kopf wie ein Dreihorn. Und die furchteinflößenden Augen eines Nachtwandlers. Die große, scheußliche Bestie! Danke, dass du aus dem geheimnisvollen Oben zu uns runtergekommen bist, um uns zu retten, großer Weiser. Jetzt liegt es an dir, bis dann! Hm? Hm? Ah! 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 Du hast es geschafft! Du hast die große scheußliche Bestie gefunden! Der große Weiße hat uns gerentet! Der große Weiße hat uns gerentet! Du bist tatsächlich der große Weiße aus der Legende! Wenn der Boden so weich war, dass Spike dort runtergefallen ist, brauchen wir Steine, um ihn zu stabilisieren! Dafür haben wir keine Zeit! Wir müssen graben! So einfach ist die Sache nicht! Du weißt ja gar nicht, wovon du redest! Und du bist dickköpfig! Gar nicht! Ich will es nur auf meine Weise tun! Haben Sie sich denn nun endlich geeinigt? Mir nicht wissen! Mir ganz schwindelig! Tja, dann müssen wir eben selbst eine Idee haben, wie wir Spike retten können! Genau! Was ist mit diesen langen Ranken? Die sind ganz schön lang! Jopp, jopp, jopp! Aber trotzdem nicht lang genug, um ihn aus dem Loch zu holen! Aber sie werden länger, wenn wir eine Ranke mit der anderen zusammenknüpfen! Lang genug, um an Spike anzukommen? Spike kann die Ranke um seinen Bauch schlingen! Dann ziehen wir die Ranke hoch und die Ranke zieht Spike hoch! Also das ist die beste Idee des Tages! Ihr große Weise zu sein, musst dich ganz schön hungrig machen! Wir haben dir das ganze Essen unserer Kolonie gebracht! Du hast uns gar nichts mehr zu sagen, Klau? Lass es dir schmecken! Hat er große Weise Sehnsucht und möchte wieder zurück ins geheimnisvolle Oben? Ob Spike das wohl sieht? Was meint ihr? Sieht ganz so aus, Freunde! Schling die Ranken um deinen Bauch, Spike! Zieh dran, wenn du so weit bist! Dann ziehen wir dich hoch, klar? Bereit? Und los! Auf Wiedersehen! Mach's gut, großer Weiser! Du hast uns vor der großen, scheußlichen Bestie beschützt! Es ist gut, wenn du ins geheimnisvolle Oben zurückkehrst und andere beschützt! Wo ist die große, scheußliche Bestie hin? Du bist nicht Spikey! Oh nein, nein, nein! Spike wäre auch viel schwerer gewesen! Wenn Spike nicht hier ist, wo ist er dann? Ach, du musst dich entschuldigen, Spikey! Spikey? Hm? Spike! Ja! Spikey! Japp, japp, japp! Wer war denn das? Es ist egal, wer er war, weil er weg ist. Wichtig ist nur, dass Spike der ist, der jetzt hier ist! Und das macht mich froh! Ja, ganz, ganz doll froh! Wenn du mir doch nur zuhören würdest! Warum sollte ich? Mein Weg ist besser! Aber Meister Plattnase und Vater Dreihorn, wir haben Spikey schon gerettet! Tja, also, ähm, ähm, wie schön! Wir hätten ihn früher retten können, wenn du mich nicht davon abgehalten hättest! Ja, nicht wahr? Du hast mich doch abgehalten! Hab ich nicht! Hast du doch! 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 Hab ich nicht! Hast du doch!